Hallo und Chris Gott zum wöchentlichen Marktausblick aus der Börse München zum ersten Mal im Jahr 2019. Wieder mit Manfred Schmidt, dem Leiter der Marktsteuerung. Mani, so kurz am Jahresanfang hat man vielleicht schon etwas Abstand auf das vorige Jahr zurück zu blicken. Das werden viele Anleger eher als Katastrophe bezeichnen oder? Was ist deine Meinung dazu? Ja, ich würde es jetzt nicht als Katastrophe bezeichnen. Ich meine, ich mag diese ganzen martialischen Ausdrücke da nicht. Fakt ist eigentlich, dass der DAX um 18,3 Prozent gegenüber dem Jahresanfang zurückgegangen ist. Wir hatten den ersten Rückgang seit 2011. Das heißt, der DAX hat zum ersten Mal seit 2011 am Jahresende schwächer geschlossen, als er im Januar angefangen hat. Aber man sieht auch, man kann auch solche Verluste wieder aufholen. Und auch die anderen Börsen waren doch eher mal im negativ. Auch wenn es ein bisschen moderater war, der Dow Jones mit 6 Prozent und auch die asiatischen Börsen wurden doch etwas gebeutelt. Jetzt haben wir zurückgeschaut mit doch leichtem Grausen. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Was könnte 2019 so bringen? Ja, eine Prognose für 2019 halte ich eigentlich schlichtweg für Kaffeesatzleserei. Auch letztes Jahr, als die ganzen Prognosen kamen, hatte keiner die 10.300 irgendwie am Schirm. Man muss sich da eher mal an die Fakten halten. Und die Fakten sind, dass die weltweiten Konjunkturdaten eher mal zurückgehen werden. Und ob es in Deutschland zu einer technischen Rezession kommt oder nicht, wird man in den nächsten zwei Quartalen sehen. Technische Rezession heißt, dass wir negative Wachstumszahlen bekommen. Von der Seite her könnte es vielleicht für 2019 ein schwierigeres Jahr werden. Für mich sind es allerdings eher derzeit Einstiegskurse, denn es gibt auch einige Lichtblicke. Kannst du uns trösten mit einigen dieser Lichtblicke? Ja, die Lichtblicke sind eher kurzfristiger Natur. Im Handelsstreit USA-China zeichnet sich eine Einigung ab. Nicht ganz unwichtig für unsere Automobilindustrie, nachdem der Automarkt in China derzeit niederliegt, wie wir letzte Woche gelernt haben. Und auch der Brexit wird sich entscheiden. Hier tickt der Countdown. Es wird irgendwann zum Austritt von Großbritannien kommen oder nicht. Und da darf man gespannt sein, was hier passieren wird. Und die Börse geht ja bekanntlich mit Tatsachen besser um als mit irgendwelchen Spekulationen oder Prognosen. Aber wo Tatsachen? Was gibt es denn an wichtigen Terminen schon in diesem Jahresbeginn? Ja, da können wir gleich in Großbritannien bleiben. Nächste Woche kommt das Bruttoinlandsprodukt aus Großbritannien. Und vielleicht noch viel wichtiger, wir haben endlich mal jetzt dann die Abstimmung über den Brexit-Plan von Frau May. Da darf man also gespannt sein, was da im englischen Parlament passieren wird. Und an Quartalszahlen schaut es eigentlich noch eher dünn aus. Wir haben nächste Woche City Corp und JP Morgan die Quartalszahlen bringen werden. Arne, vielen Dank für diese Ein- und Aussichten und Rücksichten auch auf das vergangene Jahr. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir wissen nur mit absoluter Sicherheit, in München ist es gerade ziemlich schneereich und rutschig. Man kommt eher mit Langlaufschien als mit dem Radl in die Arbeit. Wir wünschen Ihnen trotzdem eine trittsichere Woche und viel Erfolg beim Handeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.